Solche Rechnungen rechnest du mit dem Taschenrechner oder mit dem Taschenrechner im Smartphone. Überprüfen musst du sie aber trotzdem im Kopf. Und da zeige ich dir die Überschlagsrechnung, wie man solche Rechnungen einfach im Kopf lösen kann. Und zwar in zwei Methoden. Die erste Methode erkläre ich oben, die zweite Methode erkläre ich unten. Bei der ersten Methode, da rundet man mal die Zahlen einfach ab. Grob auf den nächsten Zweitausender. Also da habe ich noch 2000 plus 3000. Nachher runde ich die Zahlen auf, auf den nächsten Tausender, also 3000 und 4000. Und das kann ich einfach im Kopf rechnen. Und das Resultat, das liegt dann zwischen diesen beiden Resultaten, also ungefähr bei 6000. Die zweite Methode ist mir eigentlich noch sympathischer. Da rundet man einfach die Zahlen auf oder ab, je nachdem, was nach dem Tausender kommt. Also in diesem Beispiel, die erste Zahl, da runde ich ab auf 2000. Und bei der zweiten Zahl, da kommt eine 8, da runde ich auf 4000. Also muss ich da nur noch rechnen, 2000 plus 4000 gibt 6000. Also habe ich eigentlich das gleiche Resultat, wie bei der ersten Methode. Zwischen 5 und 7 ist auch 6000. Und unten gibt es auch ungefähr 6000 aus Überschlagsrechnung, aus Resultat. Vielen Dank. Vielen Dank.